Ja, herzlich willkommen zum täglichen Gedanken vom Dankfeld. Gesegnet sein mit Gottes Segen. Bilder für die Seele, ein Augenblick, Besinnung für jeden Tag von Benno. Heute ist der 12. Februar. Lebensfreude Das Leben ist eine Chance. Nutze sie. Das Leben ist Schönheit. Bewundere sie. Das Leben ist Seligkeit. Genieße sie. Das Leben ist ein Traum. Verwirkliche ihn. Das Leben ist eine Herausforderung. Stell dich ihr. Mutter Teresa Danke fürs Zuhören. Gesegnetes Sein mit Gottes Segen. Ehvater де? Dann ja.